So, willkommen zurück! Wie ihr schon seht, werden wir uns heute wieder drum kümmern, äh, mehr Levels zu machen. Neue Levels. Und, äh, ja. Vorsicht, Meat Boy, eine Falle! Ach, passt, Trami Girl, halt die Klappe. Eingefallen, runtergespült. Ach, fuck, deswegen Brownie. Nee. Hä? Was tut das? Noch ein Super Meat Boy. Ach, Gott. Super Coat, man! Ach, Gott, Salz. Wir haben ein paar Strami Girl da stehen lassen. Kann ich eigentlich schneller sein wie der? Ich glaube nicht, ne? Nein! Ach, verdammt nochmal. Hopp. Ey, okay. Ähm. Na, nein! Ach, Gott. Ach, nein, ich... Okay. Ähm. Ich hab... Keine Ahnung, ob ich hier... Ach, Mann! Ob ich hier am Ende schneller sein muss wie der? Ich hoffe mal nicht. Ansonsten kann ich das aber auch mal gerne sein. Nein! Oder auch nicht. Oh, komm schon. Los, Brownie. Wettjumpen. Oder geht's jetzt in erster Linie einfach nur darum? Äh. Nicht zu verrecken hier. Ich bin schneller. Ich muss ganz kurz... So, sorry für den Cut. Ähm. Unser... Der Embryoman lacht auch schon über uns und denkt sich... Na, willst du nicht weiterspielen? Hast du Angst? Hast du Angst? Nein, wir... Oh, Gott. Nein! Wie komm ich da? Ach, Mann, ey. Soll ich denn da, bitteschön? Reinkommen. Nein! Ach, ich war wieder zu schnell. Ei, ei, ei. Und das ist wirklich ein Mietroi nur mit Kacke. Ach, Mann! Wenn ich schneller sein will wie er, dann... Ach, verdammt! Dann verkacke ich's an der Stelle immer. Gut, ich verkack's auch an den anderen Stellen, aber... Ach, Mann! Jetzt... Komm schon! Ich geh doch gerade eben auch... Ohne Probleme drüber. Haha, ich bin schneller wie du. Scheißhaufen. Ich hab' aber auch keine Ahnung, wie ich da, wie ich da reinkommen soll. Wie macht der denn das? Versteh' ich nicht. Ach, Mann, und jetzt fängt die Kacke wieder an, ey. Komm schon. Ach, die kann ich nachher bestimmt auch freispielen, ne? Ich seh' ich seh' es schon kommen. Super Brownie World. Ey, ich bin so doof. Ach, das erinnert mich an den letzten Endgegner, ey. Da hatte ich irgendwann auch keinen Bock mehr auf den... Ja, super. Ganz toll. Na, wir werden schon irgendwie... ...uns da durchglitschen. Und wenn ich mir vorher noch ein bisschen Skill aufbaue. Ich... ...raff's halt überhaupt nicht. Ich hab' keine Ahnung, wie der das macht, Mann. Ich kann auch in dem Boss-Level mir keinen Charakter aussuchen. Die muss ich mit Meat... ...mit Meat... ...mit Meat Boy machen. Mit Super Meat Boy, entschuldigung. Ähm. Ha! Ha! Gewonnen. Oder? Ach. Hilfe ihm! Au! Hey, was machst denn du da? Oh, das ist mies. Boah, das ist echt mies. Okay, jetzt ist er sauer. Okay, jetzt ist er sauer. Ähm. Und uns eventuell reinfuchsen. Äh, ein bisschen reingucken. Denn da gibt's irgendwie... ...von Usern erstellte Level oder sonstiges. Ich hab' keine Ahnung. Wir werden mal gucken. Ähm. Ähm. Wir gehen jetzt in Hell. Oh, es gibt ein Battle. Und wir haben verloren. Und wir haben verloren. Das darf nicht sein. Und wir starten auch direkt mit dem ersten Level. Was schon mal sehr scheiße anfängt. Okay, wir müssen unten lang. Oh Gott. Ja, und er kommt auch gleich. Uns eine Säge entgegen. Shit. Okay, Moment. Nein. Warte. Hä? Wie zum Teufel? Oh, ey. Das ist sogar der Anfang. Ist schon scheiße. Das ist so lustig. So witzig, ey. Alter, komm. Knallt euch doch alle gegenseitig. Ah. So geht das. Hopp. Hä? Okay. Ja, das war jetzt nicht in der vorgeschriebenen... ...also empfohlenen Zeit, aber... ...egal. Ja, ja, super. Okay, Moment. Das ist, äh, noch... ...okay. Nein, das doch nicht. Und... ...boink. Wuhu. Verdammt, ist das doof. Äh... Was ich mir jetzt gerade so überlegt hab... ...ach, verdammt nochmal, ey. Ähm... ...ich würde dieses Let's Play... ...gerne... ...der süßen Anne von Game One widmen. Denn... ...nein, da war ich nicht schnell genug. Ähm... ...den... ...gut, sie und, ähm... ...die andere, deren Namen ich noch nicht weiß, weil ich sie noch nicht oft gesehen hab... ...auf Game One.de und auch in der Sendung, live. Äh, ich werd mir den Namen aber... ...werte ich mir nochmal... ...nochmal nachforschen. Ähm... ...dadurch... ...bin ich... ...drauf... ...verdammt nochmal... ...drauf gekommen mir dann, das da bei Steam zu kaufen und auch mal selber zu spielen. Und natürlich auch mit euch zu Let's Play... ...für euch. Ähm... ...auf jeden Fall, äh, hab ich momentan... ...ich... ...ich widme jetzt ziemlich viel momentan... ...Game One, ne? Nein! Okay, da sollte ich dann doch warten. Ich will das Batch mitnehmen. Aber, äh... ...egal, ich kann's ja. Ähm, deswegen... ...Anne... ...ich find dich cool. Dich müsste man öfters im Fernsehen sehen. Also, grad auf Game One. Oder Game One.de. Reicht auch, wenn du da Videos machst. Hauptsache man sieht dich mal öfters. Nein! Zu früh abgesprungen. Okay, Hell ist schon mal... ...ne deutliche Steigerung. Da kommen wir... ...glaub, das zweite Level oder so. Und ich verkack jetzt schon. Gut, schaffen würde ich das Level wahrscheinlich. Aber... ...ich... Okay. Ähm... ...wir werden jetzt einmal weitermachen. Die Badges... ...da werde ich mich dann später drum kümmern wieder. Denn... ...ja, hab ich jetzt schon wieder... ...null... ...alte... ...null Bock zu. Ohpala, sorry. Und... ...stopp. Und ich hoffe wirklich immer noch, immer wieder, dass die Musik jetzt besser ist. Wenn ich es mir bei mir anhöre, finde ich ja. Und ich verkack kurz vorm Schluss. Ne, dann nehmen wir das Badge aber doch mit. ...wenn da eh das Ziel kommt gleich. Weil dann... Ach, Mann! Springen! Gestern war ich so gut. Finde ich. Für meine Verhältnisse. So abgeräumt. Und jetzt verkack ich schon wieder total. Ach, Mann! Ne, ich hab kein... Ich... Ich... ...mag nicht. Wir machen folgendes. Wir machen doch hier einfach weiter. Scheißegal. Ach, Mann! Ja, ich... Die Welt haben wir noch nicht, ne? Ne. Ja, das ist scheiße. Ach, kommt schon. Fugiu! Ihr da habt ja noch nicht nur das erste Level geschafft. Genau deswegen. Alter! Kann man gleich bleiben lassen. Ähm, ne. Wir machen jetzt folgendes. Wir gehen in die Dark World. Und probieren nochmal. Da haben wir alles. Da haben wir immer noch kein Eckblas. Was ist denn das für ein... Ach, das war dieses Level. Wo übrigens auch noch das Batch fehlt. Damit nochmal. Ach, komm! Ey, nerv mich nicht schon wieder. Okay. Ähm. Tja, das können wir heute auch vergessen. Dann probieren wir einfach mal die Dark World weiterzumachen. Das wird... Ach, das ist genau so ein Kacklevel. Ach, nein! Okay, aber so könnte es funktionieren. Na? Wie er am Boden festklebt einfach nur. Ach. Heute geht irgendwie gar nichts. Ich hab heute so Bock gehabt. Äh! Muss das wieder in Stimmung kommen oder... Ich komm heute gar nicht mehr in Stimmung. Eins von beiden. Okay. Und sogar Great Up, das ist sehr schön. Nein. Okay. Ach, da kommt wieder so ein dämliches Ketten-Dings. Alter. Nein. Fuck you, man. Fuck you, man! Alter. Ja, Leute, was machen wir jetzt? Dann... Gehen wir doch einfach mal in das Hospital. Und versuchen da einfach mal um zu klicken. Ich weiß nicht, warum es da besser werden sollte. Aber egal. So, erstes Level von Hospital. Das war eigentlich ganz easy. Zumindest mit dem anderen Charakter. Komm schon! Ich krieg's wieder nicht auf die Reihe. Ach, komm. Kurz vor Schluss verkack ich wieder, ey. Hopp. Und rüber. Und hoch. Dahin. Und... Ah! Perfekt. Nein. Hab ich's jetzt auf A+. Ne, doch. Doch, klar. Dann doch das zweite Level. Nein. Okay, da ist ein Badge. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Nein, falsche Seite. Oh, bitte. Shit. Okay. Hätte ja klappen können. Das hätte ja auch klappen können. Und die sollte mich dann aber auch irgendwo festhalten. Moment. Ach Gott. Nein! Das hätte jetzt so schön funktionieren können. Oh, verdammt. Da hab ich vergessen, gegen die Wand zu drücken. Ach, komm. Nicht groß springen, einfach fallen. Außer ich kann... Außer ich komm da rein. Das könnte natürlich auch funktionieren. Ist vielleicht auch ein... Naja, nee, das wird... Oh, nein! Ich bin gestanden. Ha, 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 ha! Ungrader Ablust. Mit Batch, jawohl! Dann drittes Level. Meatball! Da sollten wir auch keine... Nein, okay. Muss ich bloß schnell genug sein. Hopp. Jawohl. Perfekt. Das nächste Level haben wir auch noch nicht in A+. Okay, was war es? Ach, schon wieder so ein Bug-Level. Warum auch immer die da kommen, ich hab keine Ahnung. Äh, ja. Achso, da ist Lava. Sehr schön. Ich war abgelenkt von der Lava unter mir. Na. Komm dann nicht hoch. Und bin tot. Ach, komm. Das darf nicht wahr sein. Hoch da, komm. Ja, sehr gut. Aber wir haben das schon mal frei. Da gucken wir auch nochmal schnell rein. Da gibt's bestimmt noch ein Batch was. Ja, da gibt's ein Batch. Ich erinnere mich, das holen wir uns jetzt. Mach, nein. Es ist aber auch nicht so schwer, das dämliche Batch zu kriegen. Ach, komm. Ach, Mann. Dämlicher Ventilator, ey. Ja, das war doch schon ganz gut. Okay, dann müssen wir noch weiter. Und da auch ein wenig weiter. Ach, komm. Nicht bremsen. Weiterfallen lassen. Nein. Na. Ach, ich springe immer dran vorbei. Na. Moment. Jetzt werde ich frickelig. Das nervt mich schon wieder. Dass ich's nicht gebacken kriege, um das feste Ding drauf zu kommen, Mann. Fuck you, Meat Boy. Ohne Scheiß. Na, komm schon. Hopp. Rüber da. Aha. Mal, schnell. Oh Gott. Okay, jetzt keinen Fehler machen. Dann könnte das auch richtig gut werden. Nichts riskieren. Und rüber. Nein. Ach, komm schon. Nein. Alter. Ihr wollt mich doch alle verarschen jetzt. Mal ohne Scheiß. Ach. Ja. Sehr gut. Das ist der da aber auch. Jetzt kommen wir wieder da nicht drauf, Mann. Rüber, komm. Ach. Ich krieg vom... Aus dem Fallen mehr... Speed, wie wenn ich da auf die Plattform drauf stehe. Na, super. Und jetzt rüber, 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 rüber. Wir machen erst wieder so und... So. Na, nein. Achso, das letzte Mal hab ich hier gecheatet, ne? Moment. Dann kriegen wir wieder hin. Dann kriegen wir doch wieder hin, ohne Probleme. Muss ich aber erst wieder... Na. Tada. Okay. Dann haben wir dieses Level. Auch noch nicht komplett. Also... Schon komplett, aber eben nicht... Als... Mit Badge. Na, komm. Hopp. Das wird jetzt wahrscheinlich... Ja, wird eh wieder nix. Und hopp. 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 Nein. Ah, nein. Oh ja, voll in die... Lücke da reingeglitscht. Hallo. Halt, jetzt. Wirst du wohl. Alter. Weg da. Alter. So. Hopp, hopp. Ach, Mann. Nerv. Krasse Mega-Übernerv. Rein da jetzt. Danke. So. Wenn ich's jetzt noch hinkriege. Jawohl. Sehr schön. Dann natürlich Level 7. Das war dieses hier. Sollte auch kein Problem darstellen. Hoffe ich. Ja. Klar. Außer es passiert natürlich wieder sowas. Oder sowas. Das war jetzt übrigens absichtlich. Das auch. Nein. Da bin ich abgeschützt. Oh, Mann. Du sollst da hochgehen. Alter. Ich werd... Wahnsinnig. Das ist furchtbar. Alter. Du sollst nicht wieder... Entschuldigung. Da krieg ich Aggression. Da krieg ich Rückkorn. Na, super. Genial. Und... Jawohl. Das wollte ich doch sehen. So. Hammer, 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 Hammer. Hier. Ach. Hoppala. Na, komm schon. Ach, Mann. So, jetzt will ich was probieren. Was fange ich mit dem Schlüssel an? Ach so, da komm ich... Ah. Bandage, get. Okay. Nein. Ach ja, das ist wieder die Scheiße, dass ich dann wieder trotzdem das komplette Ding wieder zurück muss. Ach, egal. Ja, und noch nicht mal ein Bandage... Äh, noch nicht mal ein A+. Machen wir erstmal zuerst das A+. Dann kann ich mich besser aufs Bandage konzentrieren. Nach. Fuck you. Nach, kacke. Ach, nee. Ich glaub, das hab ich, krieg ich nicht noch mal hin. Hopp. Okay. Great A+. So, und jetzt können wir uns aufs Bandage konzentrieren. Können uns da dann auch wieder etwas mehr Zeit lassen. Nein. Hopp. So, jetzt gehst du mal weg da. Hopp, hopp, hopp. Und hopp. So. Bandage. Nein. Oh Gott. So, jetzt ist die Frage, wie komm ich... Och. Heidewitzka, ey. Ach, jetzt krieg ich noch ein Great A+. Fohin nicht. Irgendwie will ich mir das Spiel verarschen manchmal. So, Sing. Na, das war doof. Jawoll. Das war knapp. Verdammt. Warm food. Ach, das ist die Kacke. Das war nix. Na, das war auch nix. Das war nix. Boah. Und. Jetzt. Nein. Warum? Mir kommt das manchmal so vor, als ob das länger dauern würde, oben, bis es wieder weg geht, als unten. Das ist doch scheiß, Mann. Ach, fuck you, Mann. Okay, einmal probieren wir es noch. Okay. Schon kein Bock mehr auf das Level. Und, äh, ja, nee. Okay, ich mach jetzt auch Schluss. Das wird heute nichts mehr, glaubt mir. Ähm, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.